Seid gegrüßt, mein Name ist Tavos und dies ist mein treuer Waschbär Marv. Ich bin Bade von Beruf, habe Taschendieb aus Leidenschaft. Vor knapp zwei Jahren erwachte ich mit viel Blut auf und wenig Erinnerungen im Kopf. In einer Kneipe, bis auf unseren Namen, konnte ich damals leider nichts in Erfahrung bringen. Mit Waschbär und Lauten zog ich dann los, um mehr über meine mir unbekannte Vergangenheit herauszufinden, aber niemand schien mich zu kennen oder von mir gehört zu haben. Nach einiger Zeit verlor ich die Lust und wandte mich den schönen Dingen des Lebens zu. Wein, Vibe und Gesang. Wobei es dir auch blieb.